Hier erklären wir Ihnen, wie Sie durch die Nutzung der Smart App Inkasso im Fall der Fälle Unterstützung von Timocom bei offenen Forderungen bekommen. Auch wenn wir unsere Mitglieder vor der Zulassung zum Smart Logistics System überprüfen, kann es immer mal passieren, dass ein Geschäftspartner aus verschiedensten Gründen offene Forderungen nicht begleicht. Für diese Fälle gibt es unseren Service Inkasso International. Hier helfen Ihnen unser Timocom-Rechtsanwalt und sein Team bei der außergerichtlichen Einforderung offener Rechnungen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017